Halt! Halt! Jetzt bin ich ja hier. Er ist ja ziemlich Nazi, ja? Wenigens weiß ich jetzt wo ich lang muss. Awesome, awesomeness. Awesome, awesomeness. Das ist nicht akzeptabel. Ich muss sofort ins Kijin davor! Ich bin so ein Kijin. Hacken. Geschmack wie das selbe Rätsel ist. Jo, ist ja fucking easy, ne? Fucking was für kleine Mädchen ist das? Zugriff gewährt. Zack, Papa macht's. Warte und dreckig macht Papa das. Jo. Vielleicht alle Waffen nochmal schön durchladen hier. Aber vielleicht kommen wir auch mit Schleichen jetzt zum Ziel. Oder auch nicht. Halt! Vielleicht sollten wir einfach mal hier wieder in Kerker zurückkriechen. Ich finde sie. Ohne Wunde chillen. Du kannst hier bleiben sein. Das... Jetzt... Was war das denn? Sag mal... Verarschen? One-Shit-Shot-Kill hier oder wie oder was? Ich glaub, ich hatte da noch mal gespeichert, oder? Warte, hier sehen wir immer, wie es der Spack um die Ecke kommt und dann blase ich denn meine Kugel ins Gehirn, ne? Ich hab wahrscheinlich einen Headshot gemacht, der Spack war er. Awesome Awesomeness! Sieht nach einem guten Versteck aus. Brandgefährlich, die Typen. Saven? Okay... So... Ein bisschen Munition. Ammunition, Baby! Baby Ammunition! Mach Sitz! Mach keinen Scheiß! Ich hab gesagt, du sollst keinen Scheiß machen. Irgendwie Alarm auslösen. Ich hab keinen Bock drauf. Echt nicht. Auf den hab ich auch keinen Bock. Das hat trotzdem einen gespeicheren Alarm ausgelöst. Es hat trotzdem gespeicheren Alarm ausgelöst. Das ist auch noch so Roboter. Scheiß. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Meine Fresse, es hat behindert. Muss ich jetzt echt schleichen, oder wird das doch schwule? Schwule Schleicherei. Ich will Krieg nicht schleichen. Zumindest nicht so. Jetzt sind wir wieder hier. Schön. Schön, schön. Schön, Leck, mit ihr da am Arsch. Vielleicht diesmal nicht versuchen, die Schlampe da zu erschließen. Ich habe keine Ahnung. Speichern wir hier nochmal. Bin ich da? Echt nicht. Bis jetzt haben wir noch kein Alarm ausgelöst. Oh, man. Was ist denn das für Spaß? Warum One-Hitten oder Two-Hitten nehme ich immer. Bäh, okay, Wut. Echt jetzt? Wut. Ich bin mir langsam echt zu schwul hier. Mann, 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 Mann. Okay. Okay. Wir haben hier eine Beschwerden über die Temperaturen im Datenkernraum. Genau, da sind die nächsten Affen. Nein, es ist so kalt. Ich glaube, die Lüftung ist zu stark eingestellt. Ich schicke jemanden hin. Macht das. Bist du euch da jetzt mal wieder, oder was? Jetzt kommt die Schlampe hier um die Ecke, oder was? Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Echt nicht da. Ich bin wirklich von mir. Mach keinen Scheiß. Der ist auch grün. Wird das, als wenn ich die Waffe wegstecke. Also ganz selbstverständlich langlaufen. Dann haben die mich auf einmal lieb, oder was? Ja, gucken, Straufe. Naja, fucking cares. Funktioniert auf jeden Fall irgendwie. F-Bericht für Paikis. Wo wollen Sie denn hin? Zur Datenzentrale hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Sie kommen da nicht rein. Ich habe die Kantine gesucht. Tut mir leid. Nein, keine Bewegung. Was will der? Was haben die denn jetzt schon wieder für einen Scheiß? Also, warte mal. Ich glaube, er hackt. Warum sieht die jetzt schon wieder auf Krieg aus? Ich war doch ganz lieb. Ich habe niemanden getötet. Nur ein paar. Verstärkt. Jetzt können die mich alle mal am Arsch lecken. Spastis. Feindselig. Aber warum? Alarmiert, ja. Achso, und das Alarmiert geht dann in... Achso. Gehen so und so viele Sekunden weg. Wenn ich in der Zeit rum... Dann hurrt der da nicht weiter. Das ist natürlich auch herrlich. Ist das herrlich, herrlich, herrlich. Ist das schön. Arschlöcher. So. Da müssen wir jetzt wohl ein bisschen warten, ne? Da steht jetzt einer. Ist ein bisschen ungünstig. Also langsam könnte ich auch mal gleich was essen, ja. Hm. Lackerschön. Lacker, lecker. Lallala. 30 Sekunden. Ich muss hier hinten irgendwo noch was zu fressen rumfliegen. Moment, ich stehe mal kurz auf. Irgendwelche Kackkekse von einer Freundin gefunden. Wenn die hier liegen lässt, ist selbst schuld, würde ich sagen. Hm. 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 Ich bin einer.